Liebe meine Damen und Herren, Friede sei mit euch, meine lieben Geschwister. Ich bin froh, euch begrüßen zu können an diesem Sonntagmorgen. Preis dem Herrn für diese Möglichkeit, die wir haben. Ich möchte Grüße übergeben aus der Ukraine. Wir mit den Brüdern waren vergangene Woche in der Ukraine, wir haben einige Gemeinden besucht, wir waren auf einigen Versammlungen, ich möchte das unterstreichen, das waren reich gesättigte Gottesdienste und die Brüder und die Schwestern, mit denen wir die Möglichkeit hatten, sie zu treffen, sie haben uns allen, allen einen Gruß übergeben. Und lasst uns von unserer Gemeinde aus, all denjenigen, die unsere Gottesdienste mitverfolgen, einen großen, herzlichen Gruß von der Gemeinde Lahr, allen Brüdern und Schwestern, und genauso ein großer Dank an die Ukraine, die uns so großherzig aufgenommen haben und uns gut versorgt haben. Und genauso waren wir bei Bruder Jaroslav, bei ihm in der Reha, und wir hatten auch dort eine kleine Möglichkeit gehabt, dort zu dienen. Jaroslav, wir sind in einem guten Eindruck von euch geblieben. Und er ist heute bei uns. Schlava Богum. Preis dem Herrn. Das war so ein kurzes Vorwort, Brüder und Schwestern. Ja, значит, wir leben jetzt genau in so einer Periode, wenn man redet über die Ereignisse, die wir neulich gefeiert haben, das sind die folgenden Tage nach dem Fest der Pfingsten. Und wisst ihr, ich würde gerne da etwas halt machen. Alles-таки, Pfingsten ist ein großer, wögel, праздник, праздник der Kirche. Weil das Pfingsten ist ein sehr großes und herrliches Fest der Gemeinde. Nicht zufällig ist, als Jesus Christus, als er zum Vater gegangen ist, hat er den Jüngern befohlen, dass sie sich nicht entfernen sollen von Jerusalem, bis sie nicht erfüllt werden von der Kraft von oben. Bis Gottes Gnade nicht auf sie kommen wird in der Taufe mit dem Heiligen Geist. Bis Gott sie nicht umkleiden wird mit der Kraft von oben. Und sie konnten dann mit dem Mitwirken Gottes und unter Gottes Gnade das vollbringen, was sie davor nie tun konnten. Und das nur dank der Heiligen Geist des Heiligen Geistes, den er verheißen hat, im Angesicht von Jesu Christi unter uns allen zu sein. Wie ein Geist des Trostes. Wie die Gnade Gottes, die mit wird bei uns in dem Dienst für Gott. Und wisst ihr, am Anfang möchte ich lesen aus dem Hebräerbrief, 8. Kapitel 8. Das ist ein prophetisches Wort, das Gott ausgesprochen hat durch den Propheten Ezekiel. Er hat das vorausgesagt, das, was sein sollte. Spusten ungefähr 600 Jahre danach. Ich lese von Vers 10. Ich lese von Vers 10. Вот Zavet, который завещаю Domo Изraillewu. После тех дней, говорит Господь, wlожу законы мои в мысли их und napischu ich na serdzach ich und budu ich Bogom, a nie budu maim Narodom. Sondern das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde nach jenen Tagen, spricht der Herr. Ich will ihnen meine Gesetze in den Sinn geben und sie in ihre Herzen schreiben. Und ich will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Deshalb konnte sich das Volk Gottes orientieren, dass die Zeit des neuen Bundes eingetreten ist. Gott ist mit seinem Volk in einen neuen Bund getreten. Und deshalb sagt Gott, das ist der Bund, den ich mit dem Haus Israel schließen werde. Nach jenen Tagen, spricht der Herr. Значит, Ezekiel prorочествовал. Also, Ezekiel hat prophezeit, prorочествовал напierd. Hat ihn nach voraus prophezeit. Und stellt euch mal vor, es vergeht ein Jahrhundert. Второе столetие. Das zweite Jahrhundert. Das dritte Jahrhundert. Das dritte Jahrhundert. Das vierte und das fünfte geht fast zu Ende. Und auf einmal erfüllt sich dieses prophetische Wort. Und wir wissen, als Gottes Gnade an dem Tag des Pfingsts heruntergekommen ist, hatten die Apostel eine Orientierung. Sie kannten die Heilige Schrift, das prophetische Wort. Sie konnten mit ganzer Überzeugung sagen. Jetzt ist diese Zeit eingetreten, von dem Gott durch seine Propheten vorausgesagt. Nicht früher. Nicht früher. Sondern genau an diesem Tag des Pfingsts. Anstupia to, o чем Бог возвещал несколько столetий назад. Ist das eingetreten, wovon Gott einige Jahrhunderte vorausgesagt hat. Stalo быть, все-таки именно вот это переживание в день Пятидесятs. Und dann ist dieses Erlebnis an dem Tag der Pfingsts. Es sollte so besonders sein, so beeindruckend, so stark, dass man das einfach, es wäre unmöglich, das nicht zu erkennen. Его нельзя было sputать. Man konnte das nicht verwechseln. Aber Petrus sagt mit Überzeugung, в данном случае, цитируя proroka Ia-Ila, und in dem Falle zitierte den Propheten Joel, das war schon ein anderer Propheten, der das auch vorausgesagt hat. Wir lesen in der Apostelgeschichte, Kapitel 2, von Vers 15 steht Petrus auf und fangt an, das auszulegen dem ganzen Volk. Und er sagt, sie sind nicht betrunken. Und er sagt, sie sind nicht betrunken. Und er sagt, sie sind nicht betrunken. Wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages. Sondern dies ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter werden weissagen und eure jungen Männer werden Gesichter sehen und eure Ältesten werden Träume haben. Ja, auch über meine Knechte und über meine Mädchen werde ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie werden weissagen. Meine lieben Brüder und Schwestern Und das ist eingetreten. S Dня Pятидесятницы die Kirche сопровождали именно вот такие действия von der Heiligen Geist ab dem Tag den Pfingsten begleiten die Gemeinde Jesu Christi solche Wirken der Gnade Gottes und natürlich diese Christen die irren sich die sagen die sagen dass an dem Tag als der letzte Apostel gestorben sind all diese Gnadengaben und Wirkungen des Heiligen Geistes aufgehört haben. Aber Gott hat vorausgesagt Prophetisch dass besonders in den letzten Zeiten diese Gnadengaben noch in einem stärkeren Maße wirken werden. Und Gott sagt ganz konkret mit wem das passieren wird. Wir haben davor gelesen durch den Propheten Hesekiel sagt Gott mit meinem Volk und Gott wollte Gott diesen neuen Bund schließen dass er ausgießen wird seinen Geist auf alles Fleisch er gibt die Salbung von oben und die Menschen sie werden geleitet dadurch sagen wir deshalb preis dem Herrn und das wird nur dann zu Ende gehen und der Heilige Geist wird seine Mission vollbringen in der Errettung der Menschheit das Volk das bereit ist zur Entrückung Und wisst ihr Interessant ist wenn wir die Geschichte der ersten Christen und die Bösse Bösse in der Welt und das mitwirken der Gnade Gottes in dem Leben der Apostel Und wir sehen dass diese Gnade sie begleitet hat überall wo sie gedient haben Das sind unsere Brüder und sie kannten diese übernatürliche geschenkte Gnade der Gemeinde und sie haben sich dessen nicht gescheut sondern sie haben sich darin gesorgt dass die Gnade Gottes in der Taufe mit dem Heiligen Geist runterkommt und mit den Gaben und das war normal und Apostel Paulus nach seiner Bekehrung zu Christus получal откровения von Gott und er sah parallel dass das was Gott ihm offenbart hat Gott durch seine Propheten vorausgesagt aber diese Kommentare gab es nicht im Alten Testament diese откровения Apostel Paulus получal лично von Christus bekommen und er hat später begriffen aha das ist also worüber der Herr vorausgesagt und er hat klarheit bekommen und er hatte die salbung den Mut gehabt das den Juden auszulegen und er hat sie überzeugt und hat gesagt sieht mal Brüder Gott уже возвещal ob es Gott hat doch davor schon vorausgesagt aber wir haben das davor nicht begriffen und wussten nicht wo wir das einordnen sollen aber Gott hat durch den Heiligen Geist kommentiert und объяснял это Apostolom hat das kommentiert und den Apostol erklärt und die Menschen haben sich zu Gott bekehrt und sie haben gesehen ja in der Tat das was der Heilige Geist einmal durch die Propheten vorausgesagt hat und heute durch das Erlebnis am Tag der Pfingsten und действия Bожьей благodati посредством und dem wirken der Gnade Gottes durch die Gaben Gott erklärt es alles stellt sich auf seinen Platz und Apostol Paulus hat übermaßliche Offenbarungen Wer kann sagen dass er selber darauf gekommen ist Nein er spricht selber über sich dass er so viele offenbarungen hatte die die inhalt so waren dass die davor keiner hatte dass Gott er musste diesen großen Propheten wie beschädigte ihn beschädigte durch den Zustand seiner Gesundheit dass er nicht vergisst dass er ein Mensch ist dass alles was er hat das ist dank der Gnade Gottes und er hat mal über sich gesagt als er seinen Dienst verteidigt und sein Apostel erinnert euch im zweiten Brief an die Korinther von Kapitel 10 Kapitel 11 und er redet über seine Berufung und in Kapitel 11 sagt jetzt gehe ich rüber zu den offenbarungen Gottes die offenbarung das ist das was davor ein geheimnis war und dann erst durch den Heiligen Geist offenbart wird und er und er redet weiter damit ich nicht stolz werde ist mir ein Pfahl ins Fleisch gegeben einem Engel des Satans ist es gegeben mich zu schlagen und ich habe dreimal dafür gebetet damit Gott das entfernt aber der Apostel hat eine Antwort von Gott bekommen es ist genügend für dich meine Gnade denn meine Kraft wird in den schwachen mächtig er musste in so einem Zustand befinden und der Grund war wegen den überschwänglichen offenbarungen und das war nun möglich nach dem Tag der Pfingsten und das ist der Gemeinde gegeben das sind die Augen und die Ohren der Gemeinde und heute haben sich die Zeit nicht verändert wir leben noch in der Ära der Verheißungen Gottes für die Gemeinde und die Gemeinde ist noch auf Erden und wir und wir brauchen immer noch die Leitung von dem Heiligen Geist damit wir nicht als Waisen zurückbleiben Amen Brathe und Schöster Amen Brüder und Schwestern Amen Und lasst euch eine Stelle aus der Heiligen Schrift lesen dass das bestätigt was ich davor schon gesagt habe Deяние Apostol 20 Apostol Geschichte Kapitel 20 20 Hier Apostol Paul hier macht Apostol Paulus Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem, ohne zu wissen, was mir dort begegnen wird. Nur der Heilige Geist von Stadt zu Stadt ein Zeugnis gibt und sagt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten. Interessant. Schaut mal, eine Leitung, das Zeugnis, das wir in uns tragen, das, was Apostel Johannes nennt, die Salbung von oben oder von Gott, und er sagt, allen Christen und auch uns heute, diejenigen, die diese Salbung haben, und er sagt, diese Salbung, die ihr von Gott empfangen habt, sie ist wahrhaftig und lügig. Und das, was sie euch beigebracht hat, darin verweilt. Interessant. Apostel Ion. знал o tom, das die Christen in uns tragen. Und interessant ist, Apostel Johannes erkannte dieses Zeugnis, das die Christen in sich tragen. Es gibt jemanden, der uns ein Zeugnis gibt. Wir können etwas nicht wissen. Что-то für uns ist vielleicht nicht zugänglich. Aber es gibt jemanden, und das ist der Heilige Geist, der uns, der durch das Mittel seiner Salbung uns einzig gibt. Drei meine Brüder und Schwestern, die uns lehrt. Und Johannes sagt, diese Salbung, sie ist wahr und nicht falsch. Mit anderen Worten, ihm könnt ihr vertrauen. Und hier sagt der Apostel etwas Ähnliches über sich. Und seht mal in Vers 22, wir haben das schon gelesen. Und siehe, jetzt reise ich gebunden im Geist nach Jerusalem. Понимаете, кто-то вlechtet его. Seht mal, jemand lockt ihn oder leitet ihn. Он почему-то чувствует, что ему нужно идти в Jerusalem. Aus irgendeinem Grund fühlt er das, und er weiß, er muss nach Jerusalem gehen. als Mensch, so wie wir mit euch, ограниченный in своих способностях, возможностях, он nicht знает, что его там ждet. Der begrenzt ist in seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten, und er weiß nicht, was ihn dort erwartet. Aber der Heilige Geist er bindet ihn und schickt ihn nach Jerusalem. Er bindet ihn und schickt ihn nach Jerusalem. Er bindet ihn und schickt ihn nach Jerusalem. Aber es gibt Gottes Gnade, которая действует по всем церквям, die führt in allen Gemeinden, wo Apostel Paulus zu der Zeit war. Und dieser Heilige Geist свидетельствует по всем городам. Er gibt Zeugnis in allen Städten. Говорят, что узы и скорби ждут меня, говорит Apostel Paulus. Und er gibt Zeugnis ab, dass Fesseln und Bedrängnisse auf mich warten, sagt Apostel Paulus. So, meine lieben Brüder und Schwestern, das Zeug noch einmal, dass nach dem Tag der Pfingst, als die Gemeinde angefangen hat sich zu vermehren, und das Volk Gottes in allen Städten zu damaligen Zeit haben sich so versammelt, wie wir uns heute versammeln, dort hat Gottes Gnade gewirkt. Und man kann sich vorstellen, пришел Apostel Paulus in один город, dann ist Apostel Paulus in eine Stadt gekommen, собрались Christяне, und die Christen, sie haben sich versammelt, und er dient ihnen dort. Und вдруг исполняется кто-то Духом Святым. Und auf einmal wird jemand mit dem Heiligen Geist und er kommt und er geht zu Apostel Paulus und wendet sich an ihn. Uze und Skorbe ждут тебя in Jerusalem. Fessel und Bedrängnis erwarten dich in Jerusalem. Und das hören die Brüder und die Schwestern, nachdem sie dann gebetet hat und er sich verabschiedet hatte von den Brüdern und Schwestern, kommt er in eine andere Stadt. Wieder führt er dort ein Gespräch, vielleicht eine Unterweisung oder Predigt. Опять Бог испolnt und er wieder erfüllt Gott jemand mit dem Heiligen Geist. Und er führt ihn zu Apostel Paulus und spricht. Und er führt ihn zu Apostel Paulus Uze und Skorbe zu Apostel Paulus dass Gott mich darüber warnt, dass Gott mich darüber warnt, dass Gott mich darüber warnt, dass Gott mich darüber dass ich in solchen Umständen bin. Und womöglich ist, dass das Volk Gottes und wir lesen das auch in der Heiligen Schrift dass sie zu Apostel Paulus gegangen sind und ihn überzeugen wollten weil der Heilige Geist das ja voraussagt. Aber wir sehen, dass der Heilige Geist so gewirkt hat, dass selbst Apostel Paulus er wusste was ihn dort erwartet war er dennoch gebunden im Geist und musste nach Jerusalem gehen. Warum hat der Heilige Geist so gewirkt? Meine lieben Brüder und Schwestern ich kann nur meine Meinung dazu sagen Gott hat mit dem Heiligen Geist über sich Zeugnis abgelehnt dass er alles unter Kontrolle hat Amen er hat es vorausgesagt und Apostel Paulus er wusste schon dass wenn man ihn verhaftet und er dann in Fesseln ist dass das kein Zufall sein wird es wird das vorhaben Gottes sein in seinem Leben dass er dadurch den Herrn verherrlichen muss denn wir verherrlichen Gott ja nicht nur einfach im Gesang in den Predigten oder in den Zeugnissen aber ich möchte genau das bemerken dass ab dem Tag der Pfingsten der Heilige Geist der Heilige Geist работал nicht nur in Jerusalem nicht nur gewirkt hat in Jerusalem sondern in allen Städten wo Apostel Paulus war und diese profetischen offenbarungen war für Apostel Paulus und für die anderen Christen nichts neues Apostel Paulus er redet ganz frei zu all diesen Dienern die er versammelt hat man kann sagen das war wahrscheinlich so eine Brüder-Diener-Konferenz und er hat damit es alle hören gesagt Bratia meine Brüder alles was nötig war habt ihr von mir gehört ich habe dreieinhalb Jahre unter Tränen euch gelehrt aber jetzt müssen wir uns trennen ich gehe nach der Leitung des Heiligen Geistes nach Jerusalem aber in allen Gemeinden wo ich war in all diesen Städten Duh und ich glaube dass diese Menschen die Apostel Paulus gehört haben all die Diener sie waren alles selber erfüllt vom Heiligen Geist sie haben selber erlebt das Pfingst in ihrem Leben sie haben begriffen worüber Apostel Paulus redet ich denke nicht, dass jemanden die da anwesend waren angenommen haben dass Apostel Paulus höchstwahrscheinlich etwas gelesen hat aus irgendwelchen profetischen Büchern des Alten Testamentes und heute redet er über diese Offenbarung das zu seinem persönlichem Leben gehört so wie die Christen versuchen heute manchmal zu erklären sie sagen wir haben das wahrhaftigste prophetische Wort und so wir lesen dieses wahrhaftige prophetische Wort und wir haben eine Offenbarung für unser persönliches Leben nein, nicht darüber hat Apostel Paulus geredet ja, natürlich, wir haben das wahrhaftige prophetische Wort und da steht über allen Offenbarungen aber dieses wahrhaftige prophetische Wort sagt, dass in der ganzen Geschichte der Gemeinde Duch Святой wird der Heilige Geist nicht aufhören über sich Zeugnis zu geben und die übernatürlichen Gaben und die Wirkungen Gottes werden die Gemeinde begleiten und das wird in allen Gemeinden der Heiligen geschehen wo das Pfingst ein echtes erlebnis ist Amen, Brüder und Schwestern Amen Glouwst du uns, Господь dass auch wir das Volk sein mögen für die das Wirkende Gnade Gottes nicht einfach nur ein geschichtliches geschehen пережivанием апostol das was die апostol zu ihrer Zeit mal erlebt haben sondern dass das unser persönliches erlebnis ist wie ich an dem Tag der Pfingst gepredigt und gesagt habe das ist nicht einfach nur ein geschichtliches geschehen aber das das ist das 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 alle die an Jesus Christus glauben erleben können Amen 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 Wir werden jetzt beten lasst uns zu dem Herrn beten dass wir fähig sind die Stimme Gottes zu verstehen dass die Salbung Gottes die in uns ist zu verstehen und in dem entsprechend dann auch zu leben und zu wirken weil sie ist wahr und nicht falsch Amen Amen Wir beugen die Knie und beten die Knie die Knie die Knie von die Knie von die Knie von von an